Wo ich zeige, dass ich diesen, äh... Alter. Geil ist, bis jetzt beim alten Scania Air und Dingsbums. Und zwar die alten... Alter, Vollbremsung! Ich hab halt Handbremse gezogen, ne? Niemals beim Fahren die Handbremse. Ja, in Russland schon, ey. Ähm... Ah, cool war Matsch, ich den nachhübelehrt. Weil, weißt du, was passiert? Was ist denn hier lohnt, Alter? Ach, cool war Matsch, ich den nachhübelehrt. Die Bremsen sind so schlecht. Du kannst die höher stellen, das weißt du schon. Echt? Ja. Lass das gleich mal machen. Alter! Hier liegt einer! Oh, Junge! Oh, shit. Diese Bremsen sind so scheiße. Bremst er dann ab. Aber Retale brauchst du eigentlich nicht. Also, es ist... Hier macht's... Hier macht's immer automatisch an, der Affe. Boah, Alter, was ist denn hier los? Du hast nie hier reingefahren, aber... Alter, was ist denn hier los? Boah, wie steht ein A-Kombi? Was ist denn das? Sind die Pult-Rotos oder was? Ey, was ist der denn, Alter? Dreckt sich voll rein. Ach, cool war Matsch. Sorry, Bremsen sind schon auf 100%. Wenn der Scheißauf nicht bremst, kann ich nichts dafür. Drück ihn weg, drück ihn weg! Bin gleich wieder. Ja. Was ist los? Ja, da vorne, wie gesagt. Gerade musste ja auch... Da ging gerade einer... Einer ist los. Ich muss tanken! Ganz schön voll bei der Tanken, wa? Ey, du hast ja kein Trendzeichen in deiner Scheibe. Ah, 700 Liter. Ah, perfekt. Ja, 900 Liter passen in den Zing rein. Wollen wir gleich wieder umkehren und dann noch weiter in Calais reinfahren. Wir können noch weiter fahren. Aber jetzt, bald wird's nämlich unangenehm. Wird noch voller. Wer ist noch voller? Ja. Das ist praktisch hier der letzte Kerbende. Ja. Der geholt erst mal. Alter, hab ich dir am Schluss. Digga! Boah, Alter! Oh, Gott! Hast du auch aufgenommen? Äh, nicht überholen. Nicht überholen. Da kommen welche. Ah, ja. Warte ganz kurz. Wie 360 PS. Ähm, Alter! Du hast über die Light-Plank gesprungen. Ich hab's gesehen. Im Spiegel, Alter. Boah, Alter. Boah, gut. Der legt ja mega, Alter. Aber das ist ja mega. Mhm. Mhm. Wie ist geflogen? Aufkommen zu lassen. Nämlich. Ja, ich bin die Schnecke. Ich hab's gesehen gesehen. Oh, ich kann die Schnecke. Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. das ist okay ich brauch Ladung sonst kann ich den Wheelie oh ne jetzt jetzt guck mal guck mal ne 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 ich hab's gerade gesehen, weil du das erste mal probiert hast biege nach rechts ab du musst 2 x 4 Meter fahren du musst noch schnell vorher tanken da gibt's keinen Tanker hey sie haben falsche Spur ah ja oh ist das scheiße kann man die selber generieren und dann rechts abbiegen alles klar ich hab sehr viel Geld in LKWs ausgegeben also genau den LKW den ich fahre fahren meine Mitarbeiter auf und davon hab ich 4 welche Mitarbeiter als Mitarbeiter einstellen und dann küsst du nicht mehr und dann küsst du nicht mehr gegen die Gleisplanke oder ne gegen dieses komische Drecksding Achtung nicht reinfahren bitte nicht reinfahren bitte hä warum waren die Bremse so schlecht gerade meine er hat nicht mehr gebremst ach weil ich die Achse hinten oben habe ja du bist ACH ich hebe es auf dem Hubschmügel ich hab das gesehen der Hubschmügel ja das rett sich guckt sich ja nicht an oh hier muss ich immer das denn gerade rumreißen bei der Kurve auch hier ist ja in in Ja! Was ist das? Was ist das? Ich nehme es nicht auf. Geil! Der Hänger ist in der Ecke. Der Hänger ist in der Ecke. Der Hänger ist in der Ecke.